Harry sagt guten Morgen, heute am 13.04.2018, es ist 10.06 Uhr, wir haben 23 Grad, kein Wind, keine Wellen. Ja, und wenn Sie auch mal hier leben möchten, mieten, kaufen, www.check7x24.com. Ja, in den Bergen sieht es ganz anders aus. Ja, in den Bergen sieht es ganz anders aus. So, mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann wieder und sagen Hasta mañana.